Bhagavad Gita, Vers 3.38 Wie Feuer von Rauch, ein Spiegel von Staub und ein Embryo vom Mutterleib bedeckt wird, so wird das Lebewesen von verschiedenen Graden dieser Lust bedeckt. Erklärung Es gibt drei Grade von Bedeckung, die das Lebewesen umhüllen und sein reines Bewusstsein verfinstern. Diese Bedeckung ist nichts anderes als Lust in verschiedenen Manifestationen, die mit dem Rauch eines Feuers, dem Staub auf einem Spiegel oder dem Mutterleib über einem Embryo verglichen werden. Wenn Lust mit Rauch verglichen wird, bedeutet dies, dass das Feuer des lebendigen Funkens ein wenig wahrgenommen werden kann. Mit anderen Worten, wenn das Lebewesen sein Krishna-Bewusstsein ein wenig entfaltet, kann es mit dem Feuer verglichen werden, das von Rauch bedeckt wird. Obwohl immer dort, wo Rauch ist, ein Feuer sein muss, manifestiert sich das Feuer für das Auge nicht, wenn es gerade erst entzündet worden ist. Diese Stufe entspricht dem Beginn des Krishna-Bewusstseins. Der Staub auf dem Spiegel bezieht sich auf den Spiegel des Geistes, der durch verschiedene spirituelle Methoden gereinigt werden kann. Der beste Vorgang ist das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Der vom Mutterleib bedeckte Embryo ist eine Analogie, die eine hilflose Lage illustriert, denn das Kind im Mutterschoß ist so hilflos, dass es sich nicht einmal bewegen kann. Diese Lebenslage kann mit dem Leben der Bäume verglichen werden. Die Bäume sind ebenfalls Lebewesen, aber weil sie in ihrem vorherigen Leben zu sehr der Lust ergeben waren, sind sie in der Form eines Baumes eingeschlossen worden, sodass sie beinahe ohne jedes Bewusstsein sind. Der bedeckte Spiegel wird mit dem Bewusstsein der Vögel und Säugetiere und das von Rauch bedeckte Feuer mit dem der menschlichen Wesen verglichen. In der Form eines menschlichen Wesens kann das Lebewesen sein Krishna-Bewusstsein ein wenig wiederbeleben, und wenn es weiteren Fortschritt macht, kann das Feuer des spirituellen Lebens in der menschlichen Form wieder entfacht werden. Wenn man mit dem von Rauch bedeckten Feuer sorgfältig umgeht, kann das Feuer zum Lodern gebracht werden. Deshalb ist die menschliche Form des Lebens eine Gelegenheit für das Lebewesen, der Verstrickung in der materiellen Existenz zu entkommen. In der menschlichen Form des Lebens kann man den größten Feind, die Lust, besiegen, indem man unter kundiger Führung Krishna-Bewusstsein entwickelt.